Crazy. Was ist das denn für ein kleiner Hippie? Guten Morgen, Sir. Der sieht so cool aus. Der ist richtig lustig. Richtig Farbtopf. Ja, so wenn ein Kind ein Känguru malt und das Schöne anmalt, so sieht das aus. Wenn wir hier vorne zum Wasser gehen und wieder zurück, da vorne sind Agentaves. Das sieht aber eher aus wie so eine Hüchenrenmaus, die springen kann. Das ist ein eher, was? Eher Proptokon. Vor allen Dingen, mich wundert, dass es hier so abgefahrene Mammuts gibt hier. Ja, Agentaves. Oh, die sehen ja cool aus, die Vögel. Pass mal auf, hier ist eine Klippe. Und da unten, da laufen irgendwie ganz viele Sachen. Da unten sind, äh, da rechts steht ein Rex. Der ist gerade... Och, Piet. Ich bin durchstärkt, wenn ich da nicht dringend gehe. Ja. Ja, durch Porten wäre, glaube ich, einfacher, aber gut. Seid ihr ernsthaft runtergesprungen? Ja. Ich auch. Oh! Alle? Leute, geht's nicht gut? Nein. Nein, ey. Das hier alles, Kirk, sieht aus, als wäre man irgendwie auf LSD. Alles ist pink. Änderst du dich noch in Valheim? An die letzte Ebene. Es ist nicht tief genug, das Wasser. Das Wasser ist nicht tief genug, zum Schwimmen. Oh! Hauptsache, der... Aber tief genug, dass mich dieser kleine Duta snackt. Nur hat bei mir geklappt. Ah, hier kann man schwimmen, Tim. Das ist doch verarschig. Ich will doch einfach nur Wasser trinken. Wieso muss ich schwimmen, um Wasser trinken zu können? Komm in Ark. Piranias. Ich hab zwei gesunde Hände, mit der ich eine Schale formen kann, Alter. Aber hier sind übrigens Wasser... Hier sind übrigens diese runden Steine vom Fluss. Ja, die sind aber auch direkt bei uns. Also direkt vor der Haustür gibt's die auch. Diese runden Steine. Alter, Biberdamm? Ja, hier sind ganz viele Biber. Und da ist auch ein Minispino. Da ist ein Minispino, Leute. Warte, wie wollen wir? Das ist, äh, Easy Pilz, ne? Vergiss es. Das ist überhaupt nicht easy. Ey, uns killen die Biber. Aber wir können uns hier oben draufstellen. Die kommen dann nicht hoch, die Biber. Ja, hier vorne sind Säbelzahntiger. Ja, nochmal Easy Pilz. Nochmal Easy Pilz. Okay, ich bin hier oben. Und jetzt? Schießen wir Biber. Ich hab aber noch 57 Schuss. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Ach, darfst nicht. Die sind nicht so stark wie ein T-Rex, oder? Der rote? Okay. Drei, zwei, eins. Oh, die kommen alle. Ey, wenn die jetzt die Brücke essen, ganz ehrlich, ist ein Biber. Ganz so lustig. Okay, ich geh jetzt auf den blauen, weil auf den roten komme ich nicht. Ja, ich seh den roten gar nicht mehr. Ich seh den blauen auch kaum noch. Schnell was essen. Blauer ist tot. Möchte mal kurz anmerken, dass es hier ein bisschen angenehmer ist, weil wir hier nicht drauf gehen. Also, ich meine im Sinne von, wir erfrieren hier nicht. Echt? Achso. Ja, stimmt. Ja. Das ist schon sehr nervig bei unserer 50. Rechts ist noch ein grüner. Ah ja. 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 Hm. Das ist der Kampf. Ähm, by the way, es ist ein neues Musikbild rausgekommen. Also, falls ihr Langeweile habt und Lust habt, könnte ich einmal kurz den Link reinschicken. Sekunde. Die Musik ist aber neu, oder? Also, bei mir ist keine Musik gewesen, nur äh... Musik neue. Er ist ein Krokodil im Wasser, oder? Der Rote ist jetzt... Nee, der ist der Rote. Der ist der Rote. Der ist der Rote. Der ist ein Diplokaulus. Der Rote ist äh... Rote kommt wieder Rote kommt wieder. Hoch. Wo ist er hin? Der Rote ist klüger als der anderen Biver. Der ist jetzt gerade verrückt, der deportiert. Was? 87. Oh, hier unten ist noch ein Rote. Also, ich spreche jetzt alle runter, oder... oder was? Irgendwie schon. Da ist noch einer. Wo denn? Ja, jetzt ist es zu spät, jetzt sind wir alle unten. Okay. Sind alle tot. Achso, Entschuldigung, was müssen wir für Pelz drücken? Äh, Axt. Oh, au! Der hat mit einem Hubs meine Rüstung kaputt gemacht. Ein Hubs. Level 90. Der ist übel, der ist übel heute. Alter, der macht richtig damage. Okay. Also mit der Axt mache ich das richtig. Axt, 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 Axt. Okay, habe ich. So, wie viele Pelz haben wir? Ja, ich habe 15 Pelz. Warte, ich bin nackt, ich muss nicht mal ganz kurz reparieren. Wir brauchen Wiffe für eine Rüstung. 100... 200? Wenn ich Apfel aus der einen habe ich jetzt 22 Perlen und 207 Zement bekommen. Da hinten schumpft noch ein Biber. Ja, von Bibern rendiert sich das halt nicht. Wir brauchen zu viel Pfeine. Ich möchte einen Mammut. Ich wüsste, wo wir einen Mammut herkriegen. Are you kidding me? Du wirst jetzt nicht das Mammut anhauen. Ob ihr eigentlich den... Welches Mammut? Wir sind ganz viele Mammuts. Wo denn? Da oben. Seid ihr gerade vorbeigelaufen. Habt ihr nicht gesehen? Nein. Wollen wir mal zurücklaufen? Ja. Würde ich sagen. Mammutsgrüben, viel Pelz. Ich wäre derweil mal ganz raus. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Dankeschön. Bis dann. Tschau. 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 Wir haben schon 22 Kümchen. Was denn los? Warum... Geht alles so schnell? Ja, diese Blümchen kann man irgendwie nicht hacken, ne? Also nicht pflücken auf jeden Fall. Ja, wir haben keine Sichel. Ja. Aber wenn wir die essen... Gott. ...kommen wir in ein Land, wo wir noch nie waren. Ich glaube, die habe ich schon gegessen, so wie das hier ausschaut. Aber es ist doch... Also ich finde, das ist doch... Idyllisch, ne? Sehr ansprechend, das Spiel. Ich glaube, es wäre ziemlich komisch. Guck mal, da sind so ganz viele Wasserfälle, die... Wo? Wo denn? Ja, hier ist nur zwei. Der sieht jetzt ein bisschen aus wie die Niagarafälle. Links den Raptoren, Vorsicht. Das ist ein großer Raptor. Geh mal kurz an den... Oh, ich habe den Turm gar nicht gesehen. Boah, habe ich mich erschrocken. Schaut mal in den Himmel. Au. Ich glaube, das... Ja, gut. Das ist der Teleporter. Ist ja Blut der Feinde oder so. Ich höre. Ja, ist irgendein... Da ist ein Dino gestorben. Ich habe irgendeinen Drachen gehört, Leute. Pass mal bitte auf. Ja, ernsthaft. Komm mal hier an die Klippe, wo ich bin. Da schreit doch zu so ein Vieh. Es gibt doch keine Drachen im Leben. Drachen im Leben. Jetzt sage ich nichts mehr. Guckt mal hinter uns. Da läuft eine pinke Knutschkugel den Berg rum. Warte, ich hole meine Axt raus. Okay, wo? Wo? Soll es vielleicht mal was anziehen. Kann ich nicht. Kannst nicht reparieren. Kannst du doch reparieren mit Leder. Nee, kann ich nicht. Leder. Ja, ich glaube schon. Ah, nee, kann ich doch reparieren. Ich habe nichts gesagt. Ich habe auch ein bisschen Leder. Ich habe 231 Leder. Okay, ist angezogen. Aber das ist schön. Dann können wir hier auf jeden Fall für die Pelzrüstung farmen, dass wir die ganze Zeit bei uns erfrieren. Ja. Das ist wirklich nervig. Oh nein. Mann, ich sollte aus dem K-Modus rausgehen. So. Aber da müssen wir schon die Mammutsfarmen, nicht die... Hm. Ich bin irgendwie jetzt gerade versucht, in die anderen Gebiete auch noch zu reisen. Ja, wir können die mal angucken. Also... Oh, no, Tim. Da ist ein Alpha-Raptor bei uns. Das ist der, der die ganzen Viecher hier gerade links getrüft hat. Okay, ich glaube da unten. Ich komme wieder irgendwie hoch. Wahrscheinlich. Kommst du links hoch? Oh nein. Oh nein. Nein, nein, nein. Die Richtung nicht. Die Richtung nicht. Das ist Skorpion. Ja, die andere Richtung ist ein Alpha-Raptor. Tim, wo bist du? Der ist hier runter gehüpft. Warum auch immer. Ach, hier runter gefallen wahrscheinlich. Jetzt gelaufen. Der hüpft sich extra, ja, ja. Gefallen. Oh, ich habe schon wieder was gehört. Das meinte ich. Habt ihr auch gehört, ne? Ja. Oh, tausend tote Dinos. Ich höre gar nicht so viel. Ah, der ist busy. Vielleicht bin ich schnell genug. Das ist ein Alpha, ne? Ich weiß, aber der ist busy. Es ist auf jeden Fall ein Stück windig hier. Mhm. Wir klauen den gerade seine ganze Beute. Ich renn. Ich renn. Ich renn. Ich renn. Ich renn. Ich renn. Ja, zum Turm. Dann kommen wir wieder zu dem Teleportteil zurück. Mhm. Oh, da hat es aber auch ganz. Da hat er jetzt. Stimmt das für die Mammuts. Hier ist es wirklich lebt. Was haltet ihr von Flowey-Powey-Land? Wenn wir hier ne Basis bauen. Was sind das denn für Hippie-Mammuts? Ist ja witzig. Ich finde eigentlich die Basis bei der Mitte gut. Weil da hat es ja eine Portale. Da ist noch ein Alpha vor uns. Links laufen. Bei dem Stego ist ein Alpha. Stego? Und ein Aero. Oh, da ist ein Aero. Also ich bin bei Tim. Das Hippie-Mamm. Das Hippie-Mamm. Das Hippie-Mamm. Ach! Das sind ganz viele Hippie-Mamm. Selvang greifen die an? Ah, Hilfe. Scheiße. Selvang greifen die an? Ah, die lachen mich aus. Tim. Tim wird angegriffen, Leute. Machen die das. Dann müssen wir helfen, Leute. Sonst stirbt Tim. Leute, Leute, Leute. Ja, rennt zu uns. Du rennst einfach von uns weg, Mann. Wir können ihr nicht dir helfen, wenn du wegrennt. Okay. Ich greife an. Die lachen mich aus, die Hippie-Mamm. Die lachen mich aus, die Hippie-Mamm. Okay, ist schon einer tot? Ah, ich bin gleich tot. Ich helfe dir. Das ist schlecht. Ich habe es hoch geschafft. Hoch. Leck, leck, leck. Ja. Okay, die hauen ab. Okay. Ich glaube, es ist vorbei. Ja, die sind abgehauen. Den haue ich mal. Ich guck mal, dass ich in der Nähe spawnen kann. Pfeiler. Wir haben doch ein Bett. Kannst du direkt doch, oder? Nein, das ist doch weit weg. Eine Pike. Eine Pike ist doch gut. Ah, das ist ein Pfeilerchen. Ich habe ein Pfeil im Kopf. Warum? Ja, ich bin gar nicht mehr so weit weg hier. Ein bisschen aufpassen wegen dem Alpharaptor. Da kommt man ja nur durch die Portale hin. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ach so, das ist... Also ich bin jetzt da, wo... Hä? Hä? Wie hä? Hallo? Ähm... Wo seid ihr Koordinaten ungefähr? Ungefähr 30, 29. 30, 27. Hä? Da bin ich halt... Das witzige ist, da bin ich auch, aber die Gegend sieht halt komplett anders aus. Oh oh. Dann, ähm... Jackson. Überlagert sich das irgendwie. Bei 30, 30 sind wir. Da bin ich halt auch. Aber da ist grün. Darf ich was sagen? Ist das drei verschiedene Maps? Ja, sag mal. Auf dieser Map. Bitte? Er muss durchs Portal, wenn er wieder her will. Okay. Also bring dich um. Ab zum Bett und dann... Und wir nehmen dein Zeug mit. Oder so. Oder ihr nehmt dein Zeug mit. Das ist glaub' einfacher. Ja. Okay. Ist das hier? Also es gibt drei Maps. Also es gibt drei Maps. Dann nicht die Map hier wirklich am größten Winzer. Einfach dreifach ist, ne? Okay. Lass die mich noch mit. Und... Das und das. Und das. Okay. Er ist leer, ne? Ja. Wir haben die Sachen. Lass mich grad von seinem Schub für Dino töten. Dann geht's ewig. Töte mich doch jetzt mal! Die Penner! Also es gibt dann drei Maps auf gut Deutsch. Ach du Scheiße. Aber... Ich glaube auch zum Party, okay? Wie soll man das denn aufdecken? Aber irgendwie deckt sich das auch gut. Das ist die ganze Zeit überlagert. Das ist überlagert. Das deckt sich trotzdem irgendwie auf. Oh! Leute, da hinten leuchtet alles grün! Oh mein Gott! Was ist das? Seht ihr das auch? Das ist ein Kristall! Ist das? Das ist ein Kristallwald. Ach du Scheiße. Ne, wir gehen jetzt kurz zu Tim, oder? Jetzt rück mal zu meiner Armbrust hinten. Bitte was? Ne, aber dann machen die Portale dann auch wirklich Sinn. Ist das da hinten? Da hinten? Die Richtung? Jo. Seh ich ein rosa Bäumchen, das ist alles. Daneber stehen Häuschen. Häuschen? Die seh ich nicht. Jau, das ist ein Dorf. Das ist ein Dorf. Das ist ein Dorf. Das ist ein Dorf. Muss man halt mit deinem Bogen ran suchen. Ach so. Seh ich immer noch nicht. Neben dem rosa... Oh. Wird bei mir nicht gerendert, Leute. Direkt bei dem rosa Baum. Ja, wird bei mir nicht gerendert. Bei mir sind keine Bäumchen zu sind. Ich will auch keinen Häuschen. Ich will auch hier ein Stück. Hast du Gamma an? Ja, aber auch ohne Gamma sehe ich nichts. Ich sehe kein Häuschen. Ich sehe auch kein Häuschen. Das sind beide doof, Wiebke. What? Oh, danke. Jetzt müsste es aber so langsam da sein. Jetzt kommt ein Haus. Ja, jetzt kommen die Häuser bei mir. Aber ganz langsam. Ja. Oh mein Gott, das grün Leuchten ist ja krank. Warte, ich gehe jetzt zurück und helfe Tim. Ich muss einmal kurz was trinken. Äh, Raptoren, Raptoren, aufpassen. Es sind mehrere. Ja, okay. Zwei Tekos. Ja, die kommen auf uns zu. Oh, die kommen auf mich zu. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich habe einmal geschossen. Oh, Level 108 ist der. Ja, niemals. Niemals. Oh doch. Easy. Äh, ich bin leider schon richtig kaputt. Ja. Ja. Und der andere ist 100. 108er ist tot. Ich bin tot. Äh. Oh, ja, ich jetzt auch gleich. Ja, jetzt. Ein Schuss war der noch. Komme ich denn wieder zurück? Oh, ich bin bei dir. Wie kommen wir wieder zurück? Oh, hier ist ein Schaf. Das Schaf nicht töten. Ich warte bei der Leiche. Okay, Kevin. Ja. Das ist gerade das Geld. Mh. Nächstes Mal dann bitte umkehren. Aber das ist so schwer. Ja. Warte, ich kann deinen Körper ziehen. Ja, Kevin ist auch gestorben. Ich zieh dich hier direkt zum Party. Mh, darüber jetzt. Es ist echt schwer, nichts zu verraten. Ich frag mich, wie ihr die ganze Zeit verbrustet. Das glaub ich auch. Ich glaub das auch. Ich weiß auch nicht. Ja, obwohl ich seit Anfang spiele und selbst nicht mal die Hälfte gesehen habe und weiß. Ähm, ich hab auch gemacht. Die Hälfte, so riesig ist das hier. Alter, der Alpha. Raptor ist genau... Soll ich jetzt zu euch rüberkommen, oder? Ich werde auch sterben. Ich werde auch sterben. Alter, das geht nicht. Warum ist der denn direkt beim Portal? Wie soll ich denn das machen? Das ist nicht möglich. Können wir Leichen teleportieren? Wahrscheinlich nicht. Das ist Alpha Raptor bei dem Portal. Ja. Ah, er hat mich gesehen. Ich will jetzt auch sterben. Den krieg ich halt nicht kaputt. Ist halt bye-bye. Ich versuch's, ich versuch's. Vielleicht kann ich irgendwas machen. Nein. Ah, auch tot. Das war zu schnell. Aua. Ja, gut. Kevin, ich muss mitkommen. Ja, okay. Was machen wir, Gommel? Alter, da ist der nächste Alpha. Ich bin grad schon auf dem halben Weg. Ich hoffe gerade, dass es in der Höhle nicht so kalt ist. Hm. Der ist duckt. Mach das Portal an. Ich kann irgendwie grad nicht respawnen. Ah, jetzt. Hi, wieder da. Okay. Ich komm nicht dran. Also wir laufen jetzt alle zusammen zum Portalraum, richtig? Mhm. Okay. Ist der nicht mehr genau, wo der ist? Ich bin schon bald da. Irgendwo hier, glaub ich. Oh, lol. Ja, wisst ihr, wer davor wartet? Der, der Alpha. Nee. Ein Rex? Ja. Ja, Gommel und ich sind grad auf dem Weg zurück. Wie schön. Wo wartet der Rex? Der kämpft jetzt gegen ein paar Patscherinos. Ich verhungere. Komm, ey. Als ob der Rex ins Portal rein kann. Nee, nee. Habt ihr das gehört? Ja. Ja. Was war das? Was war das? Keine Ahnung, ich hab's gehört. Ja, okay, ich bin... War das so ein kleiner großer Blitz oder sowas? So hat sich das angehört wie ein Blitzeinschlag? Ich hab hier so eine Sicher gedacht oder so, die so zuschlägen. Weil wenn das so ein Blitzeinschlag war, könnte das könnten das wir gewesen sein, weil wir haben uns genau in dem Moment teleportiert. Ja, vielleicht ist das der Portalraum. Okay. Das klang eher wie so eine Sicher, die so wusch. Oh, wie mich erschrocken, Mann. Oh, 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 oh. Ich hab den Weg gefunden. Aber ich weiß nicht mehr, wo jetzt, äh, tatsächlich die Höhle war. Das ist so kalt. Oh Gott, da kommt ein Rex hinter dir. Hey, ich find nur... Ach komm schon. Ich weiß nicht mehr den Weg. Oh, ich... Oh, ich hab den Weg gefunden und er ist auch gerade am Rex. Ähm, wo bin ich? Bin ich? Du bist in der Höhle. Oh, der Rex folgt gerade in die Höhle. Oh, ich bin bei der falschen Höhle. Ah, Kevin wurde gegessen vom Rex. Im Leg? Ja, im Leg. Ja, ich hab noch 29. Oh je, Leute, ich hab euch was mitgebracht. Dann truff auf das fette Ding. Da. Jemand möchte uns das Geräusch erklären. Wollt ihr das wissen, was das für ein Geräusch ist? Oder wollt ihr selber rausfinden? Ich würd sagen, es ist der Teleportation Sound. Der Torhammer ist wie ein Torhammer halt. Also, wenn es nicht der Portal Sound ist, dann wollen wir es glaube ich nicht wissen. Okay. Oder? Ja. Alter, oh shit. Ich hab gesagt, da kommt ein Rex hinter dir her. Alter, ist da wohl ein Scherz? Oh, wir beeilen uns. Hi. Good morning, Sirs. Ich hab einen Hit. Ist da wohl ein Scherz. Hä? Wo ist die Portal? Die ist doch neben dem Bernstein links, hä? Ne, du musst weiter links laufen. Ja und dann? Gutes Stück links. Gutes Stück links. Gutes Stück links. Ja, schau mal ungefähr bei 40, 60. Ja, da ist ein T-Rex. Ja, da bist du einfach mal. Ähm, also, ey. Ey, du warst so weit falsch. Wir können euch einen Taste verraten, den Rest müsst ihr selber rausfinden. Ähm, die Leichen sind wo? Ähm, okay. Gibt's gerade aus der Höhle raus, ich lege gerade, ich glaube ich bin tot. Wo sind die Leichen? Also, es gibt wohl etwas, was wir nicht rausfinden, ähm, können und es wird gefragt, ob das verraten werden soll. Wieso können wir das nicht rausfinden? Weiß ich nicht. Aber wieso wissen es dann die anderen? Naja, die haben vielleicht nachgeguckt. Also ihr entscheidet. Ich will das nicht entscheiden. Ja, wenn wir es nicht rausfinden können. Wieso rennt mir der schon wieder hinterher? Ja, man kommt doch mal raus. Warum füllt sich meine Nahrung nicht auf? Okay. Ja, es ist... Was machst du da überhaupt drin, Tim? Au. Ist doch auch... Ja, mein Zeug holen. Ja, wir haben das doch dabei. Ja, aber... Nein, 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 nein. Habt ihr denn mein Zeug dabei? Nee, ich muss auch durch. Ich meine, der Leiche liegt neben deiner. Das müssen wir leider zusammen machen. Ja, aber ich würde halt ganz gerne den Rex killen. Ja, würde ich auch gerne. Ich bleibe in meinem Zimmer. Ich bin halt am afrieren und verhungern. Also es ist halt voll das Dilemma hier. Da ist es warm. Ah, ich hab kein Fleisch. Ohne Weihnachtsmusik, ey. Ich hab kein Fleisch leider mehr. Scheiße. Wo ist denn der Dodo Rex? Ich werde auf jeden Fall sterben wegen Verhungern. Hast du den Dodo Rex? Äh, der... Der Santa Dodo... Äh, der Santa Rex. Der Christmas Santa Rex. Ich renne jetzt raus aus der Höhle und lock den T-Rex weg. Okay. Wenn nicht. Oh, ich hab jetzt diesen Standbild. Ja, gut. Habt ihr den? Du bist tot. Ach, da ist er, da ist er. Ich bin tot, ehrlich. Wow. Das ist ja unfair. Santa fliegt, Santa fliegt über unsere Base. Direkt drüber, grad. Echt? Nice. Ja. Schnell spawn. Oh, ich bin irgendwo anders jetzt gespawnt. Mach ein paar Fotos mit F12. Mhm. Hä, wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Ist er da? Yo, ich seh Santa. Ist ja lustig. Sweet. Sweet. Soll ich jetzt reingehen schon? Ja, ja, ja. Nee, warte, warte. Warte bitte auf mich. Nee, der wächst ist gerade weg, deswegen. Ach so, okay. Ja, geh rein, Kevin. Ja, ich mach mich gerade. Au. Ich mach mich lecker. Ich soll er drücken? Nein. Wo müssen wir hin? Nach Asgard? Das ist ja mal gemein. Drückt mal bitte R. Und haltet das lange drückt. Mach da einfach mal. Teleport. Aua, Raptor. Seht ihr das? Ja. Au, 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 au. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht was davon. Wir können uns einfach teleportieren. Mit R lang gedrückt lassen. Doch, ein. Also weil wir das gefunden haben? Oder einfach so? Nee, einfach so. Aber ich weiß halt nicht wohin, man sich dann portet. Ja, das sind die Himmelsrichtung, Wiebke. Ja schon, aber welchen Punkt hatten wir gerade? Weiß ich nicht. Ja, das meine ich. Central Coast oder so. Junge, die Musik ist viel zu fröhlich, was ich hier gerade durch erlebe. Ich versuche nochmal hinzurennen, gerade. Ich hab 123 HP. Es gibt ehrlich eine Teleportationstaste. Crazy. Ok, Rex. Stört die schöne Musik. Genau, das bis heute auch noch ein Problem. Ja genau, aber darum haben wir ja gefragt und geschrieben, dass ihr den Rest selber finden müsst. Das ist wirklich gut. Aber man, es gibt eine Teleportationstaste. Verdammt. Verdammt. Aber gut. Ey, das ist dann mega nice, wenn wir zu den Teleportationsstellen Mini-Häuschen bauen, wo man dann geheilt werden kann oder so. Soll ich euch mal sagen, dass dieses, ich muss unbedingt was trinken, sonst sterbe ich, direkt in diesem Teleportationsraum ist so viel Wasser. Ja. Schnapsdrosseln. Das ist leider kein Wasser, was da schwimmt, sondern purer Wodka. Oder meh, meh. Das ist ja hier. Wikingerkram. Bist du noch oben in diesem Raum? Ich bin da, Schatz. Äh, im Teleportationsraum? Ne. Ich renne gerade um mein Leben, aber ich kann's so bekommen. Mal ganz kurz mich. Mein Volk müsste noch in dem Gang liegen, wenn das nicht aufgehoben wurde. Hi. Hi. Wollen wir's probieren? Mhm. Okay, ich weiß noch nicht, wie man pottet. Oh, Wiebke ist aber noch da. Ja, ich geh jetzt mit Kevin da rüber. Ich hab jetzt Doppelklick gedrückt. Das Problem ist, du musst dich halt hinlegen, ey. Du musst halt schwimmen, um was zu trinken. Wusste ich nicht. Ich musste nur so oft E drücken, bis das mal irgendwo geklappt hat. Ja? Ja. Oder speziell. Speziell. Eine Taste zu spammen kennt man ja gar nicht von einem Game. Noch ein Mikrokraptor. Crazy. Man kann sich porten. Verrückt. Alter, jetzt, ich hab mich, Alter, ich hab mich so erschrocken, ja. Was? Alter, ich hab mich erschrocken. 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 War durch Zufall neben meinem Ort zum Teleportieren. Als ich das wusste, war ich so ein Happy. Nice. Oh doch, hier, direkt bei uns. Willy, oh scheiße. Der ist genau, der ist auf meiner Leiche, kann das sein. Weiß ich nicht, aber wir gehen mal weg. Ja, weil das ist meine Leiche. Was soll ich tun? Ja, aber... Vielleicht geht der danach weg. Nimm dir mal deine Leiche. Uh! Äh, jetzt bei dir? Ja, ja, er ist hinter mir, ich werde wieder sterben. Ach, wie verflucht ist das denn im Leben. Sein Maultier. Dann werde ich jetzt am besten mal genau in der Mitte sterben. Dann kann ich hier direkt meine Sachen holen. Genau in der Mitte? Ich glaub, das Problem ist... Ah doch, jetzt hat er meine Leiche gesnackt. Ich kann halt jetzt nur zufälliger Ort spawnen, ist das Problem. Weil die Betten sind alle. Naht zuletzt an dem richtigen Punkt. Ah. Okay. Hm. Ich dachte, der ist... Der ist da... Ich bin jetzt leider irgendwo rausgekommen. Ach, du auch. Hi, Schatzu. Ich bin direkt neben dir. Ja, cool. Sag mal gucken. Das ist gut. Das ist gut. Warum? Wir müssen nur hier ein bisschen an der Küste entlang. Ja, aber das ist doch nicht die gleiche Welt, haben die uns gesagt. Ja, Tim war doch da. Deswegen ist das doch hier... Ja. Guck doch, drück mal M und guck mal, wie weit wir nur bis zum Teleporter müssen. Ach so. Ich lauf dir hinterher. Ja. Wir sind halt... Da hinten ist der, ähm... Okay. Halt E gedrückt die ganze Zeit. Nicht sprinten. Okay. Okay. Wir verhungern, bis wir da sind. Okay. Halt E gedrückt zwei. Da sind sicher ein Munker mit Juna und Munker Items zum Sammeln. Munker. Arsch dich gerade über meinen Dialekt, witzig. Nee, mach mich witzelig. 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 Komm gleich rüber. Komm so rüber. Ein schöner Dialekt. Komm so rüber. Da ist ein Rex, da müssen wir aufpassen. Witzelig. Bist du für'n Inventar? Ist noch bei mir, ne? Ich bin hinter dir. Schau mal schön E drücken. Ach so, E, ja. Und viel essen. Okay. Ich dachte wirklich gerade richtig dicht blind hinterher. Ei, ei, ei. Also ich warte im Portalraum auf euch. Hast du meinen Beutel gefunden im Gang? Ein Beutel steht hier unten. Wollen wir das hier mitnehmen? Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Kannst du das wieder aufheben, bevor es weg ist? Das sollte eigentlich noch eine Weile da sein. 52 Minuten haste. Immer noch. Ja. Ui. Ja, wir haben das verlängert, weißt du? Dass du selber immer deine Leiche noch fliegen kannst. Ich dachte, das wäre noch eine Stunde. 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 Ich dachte, das wäre noch ein bisschen entschuldig,